Hier ist Gartenvideo.com, Markus Kolt hinter der Kamera, vor der Kamera Karl Kloberg, der österreichische Fernsehgärtner Karl. Wir sind hier im Garten Center Meier in Dürnken, in der Schweiz. Bücher signieren, Vorträge halten, Pflanzen anschauen, mit Fans reden. Du hast hier neue Bücher vorzustellen, aber die Frage jetzt, ja genau, zum Beispiel der Gartenflüsterer, wenn du jetzt nicht mehr flüstern könntest, sondern vielleicht eben nicht mehr schreiben, wenn du nur die Möglichkeit hättest, die wichtigsten Gartentipps zu vermitteln, mündlich, jetzt hier im Video auf YouTube, was sind deine wichtigsten Gartentipps? Erstens die Freude am Garteln, am Gärtnern bewahren, das ist immer das Wichtigste. Das Zweite, wenn jemand neu beginnt, nie zu viel vornehmen. Das Dritte, das ist quasi meine Devise, mit der Natur und nicht gegen die Natur gärtnern. Also so ganz wenig wie möglich Chemie ist, ist in der Schweiz noch nicht ganz so weit wie bei uns. Ich würde sagen, einfach nur biologisch gärtnern, weil es einfach besser ist. Die Natur beobachten, das Erlebnis ist viel, viel größer. Und meine Devise ist einfach dieses Recycling-Denken, dieses Wiederverwerten. Es gibt im Garten keinen Abfall. Kompost ist das schwarze Gold des Biogärtners. Legt einen Komposthaufen an. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, wer schon einmal in einem Vortrag war und noch keinen Komposthaufen angelegt hat und wiederkommt, der muss den Saal verlassen, der darf nicht zuhören mehr. Okay, herzlichen Dank, Karl Kloberger. Hm, wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.